zeitschrift für praktische philosophie band 3 heft 1 2016 seite 53 bis 78 zu finden auf der webseite www.praktischephilosophie.org sinnvolle lebensführung im spannungsfeld von risiko und sicherheit die ethik der risikominimierung im lichte von kiekegaard und nietzsche's kritik der moderne von sebastian hüsch eins in der gegenwart ist die fokussierung auf sicherheit bzw die reduktion von risiken zu einer der grundlegenden gesellschaftlichen orientierungen avanciert in diskursen von politik und medien aber auch in alltagsdiskussionen in der gesellschaft scheint das garantieren höchstmöglicher sicherheit sowie die minimierung der risikoexposition durch den staat einen zunehmenden zunehmend breiten raum einzunehmen die ausrichtung der staatsverantwortlichkeit auf sicherheit findet ihr äquivalent auf der seite des einzelnen bürgers darin dass die vermeidung von lebensrisiken zu einer übergeordneten moralischen pflicht geworden ist und zwar sowohl sich selbst als auch der gesellschaft gegenüber sicherheit so schreiben enteres und peterson hat sich zu einem der zentralen wenn nicht den zentralen wertebegriff demokratischer gesellschaften entwickelt lässt man die debatte um das spannungsverhältnis zwischen sicherheit und freiheit und ein ausufern staatlicher kompetenzerweiterungen im sicherheitsbereich zu lasten der freiheit der bürger unberücksichtigt so präsentiert sich das erreichte niveau an sicherheit in den westlichen demokratien und zumal in deutschland zunächst einmal als ein erfreulicher gesellschaftlicher rahmen insofern die staatliche gewährte sicherheit vereint mit der individuellen vermeidung vermeidbarer risiken ist dem individuum in zunehmender weise entmöglicht sich möglichst sorgen frei um die persönliche entfaltung und ein gutes beziehungsweise schönes leben zu bemühen jedoch gibt es eine veränderung des blickwinkels dem verdacht nahrung dass die konzentration auf die realisierung eines in diesem alltäglichen sinne verstandenen guten lebens problematischer sein könnte als dies zunächst der fall zu sein scheint und zu guter letzt sogar zu lasten eine als sinnvoll erlebten existenz geht geäußert findet sich dieser verdacht bereits im 19 jahrhundert aus sehr unterschiedlichen perspektiven und mit ebenso unterschiedlicher stoßrichtung beispielsweise von suren kiekegaard und friedrich nietzsche pointiert formuliert könnte man sagen dass beide die ansicht vertreten dass sicherheit und sinn sich wechselseitig ausschließen dass mithin ein hohes maß an sicherheit sicherheit eine erosion von sinn generiert in gleicher weise wird damit selbstverständlich auch das schöne leben unvereinbar mit dem revendikation von sinn okay im folgenden soll es mir darum gehen jene gedankengänge nachzuvollziehen die sowohl bei kiekegaard als auch bei nietzsche in dem postulat einer inkompatibilität des schönen lebens mit der suche nach einer als sinnvoll erlebten existenz kulminieren um von dort aus nach den sich hieraus eventuell auch für die gegenwart ergebenden implikationen zu fragen dafür möchte ich in einem ersten schritt bestimmte charakteristika der gesellschafts gegen der gegenwart gesellschaft die mir in diesem kontext relevant erscheinen näher umreißen und kontextualisieren um dann in einem zweiten schritt das phänomen der sicherheitsorientierung mit den pointierten und für die gegenwarts gesellschaft wohl ebenso provokanten wie verstörenden argumentationen von nietzsche und kiekegaard konfrontieren die wenn man sich auf sie einlässt eine reihe von problemen und fragen aufwerfen 2 beginnen möchte ich also mit einigen überlegungen zu sicherheitsorientierung und risikowahrnehmung in der gegenwartsgesellschaft wenn die alltagswahrnehmung zum maßstab genommen wird dann bedarf es keines langen nachdenkens um von der terrorismusbekämpfung über die flugverkehrs- und nahrungsmittelsicherheit bis zur energiewende unzählige beispiele von politischen und gesellschaftlichen debatten und diskursen zu finden wie sie für die westlichen gesellschaften und darüber hinaus charakteristisch sind und in denen sich die sicherheitsforderungen und erwartungen der bürger sowie die zuständigkeitsattributionen des staates ausdrucks verleihen ihren niederschlag findet diese sicherheitsorientierung nicht zuletzt auch in gesetzlich auferlegten geboten verantwortlicher bzw. verboten riskanter verhaltensweisen Verhaltensweisen zum beispiel die anschnallpflicht in pkw oder das verbot von des drogenkonsums in verhaltens empfehlungen des staates gesünder zu essen und sich mehr zu bewegen beziehungsweise in den immer beliebter werdenden konzept des nudging einer responsabilisierungsstrategie die zu verantwortlichen verhaltungen nicht repressiv einhalten soll berton und grüne janov bringen die grundidee des nudging folgendermaßen auf den punkt bezogen auf die psychologische untersuchung in der entscheidungsfindung versucht das nudging menschen dahin zu beeinflussen bessere entscheidungen zu treffen um gleichzeitig ihre freiheit zu bewahren oder wahlfreiheit zu bewahren verwiesen sei auch auf den gesellschaftlichen druck zu verantwortlichen verhalten dahingehend dass es beispielsweise heute kaum noch möglich ist seine kinder ohne hellen fahrrad fahren zu lassen was zumindest in bestimmten gesellschaftlichen schichten wie das rauchen oder der konsum von alkohol während der schwangerschaft als unvertretbare verantwortungslosigkeit sozial geächtet wird auf wissenschaftlich akademischer seite gespiegelt und aufgenommen wird das zunehmende sicherheits- beziehungsweise risikobewusstsein durch den florierenden zweig der risikoforschung und der risikoethik in denen freilich in der regel vor allem berechnungs- und bewertungsmaßstäbe verhandelt werden während die risikovermeidung als prinzipielle orientierung als erstrebenswert vorausgesetzt wird Nun gibt es sicherlich eine ganze reihe von faktoren die bei der entwicklung hin zu einem stets zunehmenden sicherheitsbewusstsein und bedürfnis eine rolle spielen zunächst einmal dürfte darin im sinne von max weber schlicht die für den westen charakteristische kombination aus fortschrittsdenken und rationalisierung zum ausdruck kommen die dazu führt dass eine begonnene und im prinzip wünschenswerte entwicklung im sinne einer fortschreitenden rationalisierung konsequent immer weiter gegangen wird denn auf der einen seite sind die potenziale der verbesserung von sicherheitsstandards der verschärfung von sicherheitsnormen und der verordnung von sicherheitsmaßnahmen mit fortschreitendem technologischen und wissenschaftlichen erkenntnisgewinn tendenziell unendlich und auf der anderen seite gibt es selbstverständlich vorderhands keine rationalen argumente dafür weniger sicherheit zu fordern beziehungsweise die menschen zu riskantem verhalten anzuhalten im übrigen weisen andres peterson in diesem zusammenhang auf ein paradoxes phänomen hin welches für den modernen staat charakteristisch ist indem der staat für grundlegende sicherheit sorgt und somit seiner hoheitlichen aufgabe gerecht wird schaffe er immer weiter reichende sicherheitsbedürfnisse mit der gesellschaft die zu befriedigen er allerdings immer weniger in der lage zu sein scheine freilich könne er diese auch nicht beabweisen ohne die eigene legitimationsgrundlage also explizit die gewährleistung von sicherheit zu untergraben mit anderen worten generiert wachsende sicherheit ein stets wachsendes sicherheitsbedürfnis und gefährdungsgefühl wenn diese aspekte sicherlich das phänomen eines wachsenden sicherheitsbedürfnisses und zunehmender risikovermeidung aus soziologischer und psychologischer perspektive beleuchten können so scheint darin darüber hinaus noch ein weiterer philosophisch grundlegenderer sachverhalt zutage zu treten und zwar dass sich in der ausrichtung auf sicherheit letztlich auch die metaphysische entwurzelung der moderne ausdruck verleiht im sinne der bekannten lukakschen formel von der transzendentalen obdachlosigkeit mit dem zusammenbruch des christlich geprägten weltbildes den niklas luhmann auch als die katastrophe der modernität bezeichnet die die sinnstiftende alteuropäische semantik zerstört habe und dem sich ausbreitenden zweifel daran dass unsere existenz in einem transzendenten absoluten sinngrund ruht sieht sich der mensch in der postmoderne auf die immanenz und die mit dieser einhergehenden kontingenten bedingungen zurückgeworfen durch den verlust der dimension einer vertikalen transzendenz wird das leben in seiner reinen faktizität als garant seiner selbst in seiner bedeutung verabsolutiert und der erhalt desselben zum selbstzweck und ultimativen telos insofern der verlust des lebens aus dieser perspektive unhintergeber und absolut ist wird es zur pflicht jedes einzelnen sein leben in der immanenz zu eternisieren um den total verlust desselben aus dem gesichtsfeld des individuums und der gesellschaft so weit wie möglich zu verbannen vor dem hintergrund dass das leben nicht mehr auf eine bestimmung hin angelegt zu sein scheint zumindest insofern die bestimmung über einen biologischen imperativ hinausgeht bezieht es seinen wert allein aus sich selbst wobei seine quantitative und seine qualitative dimension zunehmend zusammen fließen auf grundlage dieser konstellation geht es mithin darum so gut und so lange wie möglich zu leben beziehungsweise wird es aufgabe des staates das leben seiner bürger so gut wie möglich zu schützen um von dort aus dem einzelnen die möglichkeit zu geben so gut und so lange zu leben wie möglich die dem zugrunde liegende ideologie wird im übrigen von richard h thaler und kass r sunstein den eigentlichen erfindern des erwähnten nudging konzeptes in bezeichnender weise im untertitel ihres buches nudge kondensiert verbessere entscheidungen über gesundheit reichtum und glück ziel der risikovermeidung ist es entscheidungen zu ermutigen die gesundheit und wohlstand und damit glück garantieren jedoch sind zweifel angebracht ob die dieser art aufgemachte gleichung so aufgeht aus soziologischer perspektive identifiziert beispielsweise gerhard schulze in seiner studie die erlebnisgesellschaft ein fundamentales sinnbegründungsproblem moderner gesellschaften dem mit der gewährung von health und wealth nicht beizukommen ist für schulze stellt die erlebnisorientierung in der es darum geht auf der basis von materiellen wohlstand ein schönes erlebnisreiches leben zu realisieren das zentrale paradigma der modernen westlichen gesellschaften dar jedoch sei es unzutreffend davon auszugehen dass dies mit der erlebnisorientierung mühelos gelinge zur illustration seiner argumentation stellt schulze die rhetorische frage was soll schon schwierig daran sein sich ein schönes leben zu machen wenn man halbwegs die ressourcen dafür hat man meint erlebnisorientierung sei der anfang vom ende aller schwierigkeiten seine antwort wirft nun einen problemhorizont horizont auf der im folgenden mit sohn kiekegaard und friedrich nietzsche präzisiert und diskutiert werden soll in wahrheit so fährt schulze fort setzen sich die schwierigkeiten auf einer neuen ebene fort wo droht es nicht mehr das leben sondern sein sinn diese feststellung nämlich korrespondiert in eloquenter weise mit bestimmten aspekten eine moderne kritik wie sie kiekegaard und nietzsche aus die eigener perspektive entwickeln und die im folgenden in den fokus gestellt werden sollen drittens den ausgangspunkt der überlegungen sollen bestimmte aspekte des denkens von sohn kiekegaard bilden was sich nicht nur chronologisch anbietet sondern auch methodologisch sinnvoll erscheint insofern die kiekegaardsche sinnbegründung die auf den bezug zur transzendenz fußt und die es in folgenden zu entwickeln gilt den notwendigen hintergrund bildet vor dem nietzsches immanenter daseins entwurf sich erst in seiner ganzen partikularität entfalten kann als aufhänger soll eine stelle aus kiekegaard erbaulichen reden aus verschiedenen geist dienen wo es explizit und konkret um diese frage des sinnes geht dort heißt es die geschäftigen die weder arbeiten noch beschwert sind sondern nur geschäftig glauben wohl sie seien glimpflich davongekommen wenn sie selber im leben dem leiden entgangen sind deshalb wollen sie nicht gestört werden durch hören und denken des schrecklichen ja gewiss sind sie davongekommen sie sind auch um eine betrachtung des lebens gekommen und sind in die sinnlosigkeit hineingekommen in dieser passage wird von kiekegaard polemisch eine lebensführung die in der gegenwartsgesellschaft einem gelungenen lebenslauf entsprechend würde mit der sinnlosigkeit in verbindung gebracht das in einem modernen sinne gelingende leben in dem man sich seinen alltäglichkeiten widmen kann und das von leiden sorgen und nöten weitgehendst verschont bleibt genau dieses leben läuft an dem vorbei was kiekegaard unter existieren in einem eigentlichen sinne versteht im umkehrschluss bedeutet dies konsequenterweise dass die existierende dass der existierende das schreckliche zu denken und zu hören hat will er nicht dass ein leben in sinnlosigkeit dahin geht das heißt in einem diesseits der abgründigkeit der menschlichen existenz also das number ist ja denn pow Die Konfrontation mit der Abgründigkeit des Daseins ist Kierkegaards zufolge mithin die unabdingbare Voraussetzung, um zu einem Existieren zu gelangen, das als sinnhaft erfahren wird. In der Krankheit zum Tode wird diese Überlegung von Kierkegaard spezifiziert und mit dem Begriff der Verzweiflung zusammengedacht. Eine im oberen Sinne explizierte sinnlose Existenz ist zugleich eine Existenz in Verzweiflung. Um diese These aufrechterhalten zu können, nimmt... Warte, sorry, das lese ich nochmal gleich neu. Um diese These aufrechterhalten zu können, nimmt Kierkegaard im Übrigen in Verbindung mit dem Begriff der Verzweiflung eine wichtige Präzisierung vor, die in analoger Weise auch auf den Begriff der Sinnlosigkeit übertragen werden kann. Kierkegaard betont, dass Verzweiflung nicht notwendig bewusste Verzweiflung meinen müsse, dass mit anderen Worten der Verzweifelte durchaus nicht notwendig den Eindruck haben muss, verzweifelt zu sein. Wie dies gemeint ist, veranschaulicht Kierkegaard anhand einer Analogie. Im Allgemeinen nimmt man an, wenn ein Mensch nicht selber sage, dass er krank sei, so sei er gesund. Ganz zu schweigen, wenn er selber sagt, er sei gesund. Der Arzt hingegen sieht die Krankheit anders an. Und warum? Weil der Arzt eine bestimmte und ausgebildete Vorstellung davon hat, was gesund sein heißt. Und gemäß dieser prüft er den Zustand eines Menschen. Der Arzt weiß, so wie es eine Krankheit gibt, die nur Einbildung ist, Ebenso auch eine Gesundheit, die nur Einbildung ist. Auf die im vorliegenden Kontext relevante Problematik des Sinns übertragen, würde die provokante These Kierkegaards also lauten, dass eine Existenz in Sinnlosigkeit dahin gehen kann, auch wenn der Einzelne den Eindruck hat, ein gelungenes Leben zu führen. Inwieweit diese Unterstellung zulässig ist und auf welchen anthropologisch-metaphysischen Vorannahmen sie beruht, soll an dieser Stelle nicht im Detail problematisiert werden. Dies wird sich jedoch zumindest ansatzweise durch die weiteren Ausführungen erhellen, nämlich im Zusammenhang mit der Frage, wie wenn Kierkegaard dem in einem alltäglichen Sinne verstandenen guten Leben die Sinnfähigkeit abspricht, der Mensch denn zum Existieren in einem eigentlichen Sinne gelangen kann. Kierkegaards Antwort auf diese Frage stellt sinnvolles Existieren unhintergehbar in den Horizont von Transzendenz. Eine dem Menschen angemessene Sinnhaftigkeit ist für Kierkegaard prinzipiell nur möglich, wenn der Mensch die Perspektive der Immanenz überschreitet. Dies freilich kann nur gelingen, wenn er sich der Abgründigkeit des Daseins stellt, wenn er bis zur Grenze des in der Immanenz fassbaren Möglichkeitshorizonts vordringt, um von dort die zwar nicht logische, wohl aber existenzielle Notwendigkeit Gottes zu erkennen. Genau an diesem Punkt gewinnt die Betonung des Schrecklichen ihre Bedeutung. Einzig und allein in der Konfrontation mit dem Schrecklichen nämlich scheint letztlich die Möglichkeit Gottes auf, während, wenn der Mensch sich in der Komfortzone des Daseins behaglich einrichtet, er nicht in die Lage versetzt wird, Gott als ultimative Transzendente Möglichkeit in seinen Horizont zu bekommen und damit letztlich hinter seine Bestimmung als Mensch zurückfällt. Aus der Sinnlosigkeit hinaus gelangt der Mensch also allein dadurch, dass er sich zu Gott ins Verhältnis setzt. Dabei ist freilich in Bezug auf die leitende Fragestellung nach dem Zusammenhang von Sinnhaftigkeit und Risiko ein Aspekt entscheidend. Die Tatsache, dass im Annehmen des Blickes in die Abgründigkeit des Daseins die Möglichkeit Gottes aufscheint, bedeutet nicht, dass sich nun der Einzelne statt durch die Vermeidung des Eingehens von Risiken in der Immanenz nun durch das Gottverhältnis gleichsam transzendent gegen die Risiken des Daseins fair bzw. absichert. Das Gottesverhältnis, so wie Kierkegaard es denkt, ist gerade kein problemloses, sondern der Glaube selbst ist jenes Wagnis, jenes existenzielle Risiko, das der Einzelne existierende eingehen muss, um der Sinnlosigkeit zu entkommen, wobei dieser Glaube jedoch letztlich immer ein Glaube ohne Garantie ist. Um diese Garantielosigkeit des Transzendenzverhältnisses gegenwärtig zu halten, verbleibt Gott bei Kierkegaard auch stets in der Nähe des Möglichkeitsbegriffs. Weder die Frage, ob ein Gottverhältnis möglich ist, noch die Frage, wie dieses dann auszusehen habe, kann eindeutig beantwortet werden. In der Kierkegaardschen Konzeption gibt es mit anderen Worten nichts, was die Ambivalenz des Gottesverhältnisses zu beseitigen vermag, sodass unhintergehbar zweideutig bleibt, ob der Glaubende im Recht ist oder, um es mit Robert Musil zu formulieren, einfach jemand, der sich in einem Abenteuer verirrt hat. Sinnstiftung in einem eigentlichen und existenziellen Sinne ist bei Kierkegaard also immer an ein unhintergehbar zweideutiges Gottesverhältnis gebunden. Das Risiko der Existenz besteht in der doppelten Abgründigkeit, die diesem zugrunde liegt und die es erfordert, sämtliche weltlichen Sicherheiten über Bord zu werfen, ohne jedoch eine letzte transzendente Sicherheit endgültig gewinnen zu können. Die Ambivalenz dieser Konzeption betont Kierkegaard ist im Übrigen überaus anschaulich, indem er zeigt, dass selbst die Frage, ob ein Existierender sich existenziell dem Risiko aussetzt, im Grunde nie eindeutig beantwortet werden kann. Mithin kann konstatiert werden, dass die innere Ambivalenz der Angemessenheit der eigenen Existenz als Gläubiger sich in der äußeren Ambivalenz der Unentscheidbarkeit aufgrund zugänglicher Merkmale oder Kriterien spiegelt, sodass letztlich auch die Frage nach dem Risiko in letzter Instanz ambivalent und unentscheidbar ist, und zwar nicht insofern es um die Frage geht, ob Risiko und Sinn miteinander verbunden sind, jedoch insofern es um die Frage geht, ob ein Risiko eingegangen wird. Viertens. Steht die Verbindung von Risiko und Sinn bei Soren Kierkegaard wie gesehen im Kontext einer auf Transzendenz beruhenden Konzeption, so entfaltet Friedrich Nietzsche den Konnex von Gefahr und Sinnkonstitution der Stoßrichtung seiner Philosophie entsprechend ausdrücklich im Rahmen eines rein immanenten Entwurfs. Anschaulich formuliert Nietzsche diese Verbindung von Gefahr und Sinn in einem Aphorismus aus der fröhlichen Wissenschaft. Dort heißt es Denn glaubt es mir, das Geheimnis, um die größte Fruchtbarkeit und den größten Genuss vom Dasein einzuernten, heißt Gefährlich leben Baut eure Städte an den Vesuv Schickt eure Schiffe in unerforschte Meere Lebt im Kriege mit euresgleichen und mit euch selber Seid Räuber und Eroberer Auch Nietzsche denkt also Leben in einem eigentlichen Sinne mit der Bereitschaft zum Risiko zusammen. Das philosophische Interesse seines Denkens führt ihn dabei selbstverständlich weg von Transzendenz-Narrativen als Orientierungspunkt für eine philosophisch fundierte Lebenspraxis, aber auch von Sinnbegründungen, die sich im traditionellen Sinne auf eine philosophische Vernunft hin ausrichten. Vielmehr zeigen die zentralen Begriffe des zitierten Abschnitts, dass seine Antwort auf das Vitale zielt, auf das Leben. Das Geheimnis liegt in Genuss und Fruchtbarkeit. Nachdem Nietzsche ebenfalls in der fröhlichen Wissenschaft den tollen Menschen den Tod Gottes hat verkünden lassen, konfrontiert er den Menschen nun damit, dass er fortan allein auf sich selbst zurückgeworfen ist. Nachdem wir die Erde von ihrer Sonne losketten, ist uns der erkenntnistheoretische archimedische Punkt verloren gegangen. Aus diesem Verlust resultiert die abgründige Einsicht in die unhintergehbare Perspektivität und Bedingtheit menschlicher Erkenntnis und, damit zusammenhängt, in die Unbestimmtheit und Offenheit des menschlichen Handelns sowie der menschlichen Interpretationen. Ohne die von den Hinterwäldlern hinzugelogene christlich-metaphysische Finalität des Menschen wächst diesem nun die Möglichkeit zu, sich in seiner ganzen Unbestimmtheit anzunehmen und dieser Unbestimmtheit gemäß zu leben. Genau in diesem Sinne sagt Nietzsche in der Morgenröte, Wir sind Experimente. Wollen wir es auch sein? Im Experiment, so wie Nietzsche es denkt, macht sich der Einzelne bewusst selbst in seinem gesamten Existenzvollzug zum Experiment, macht sich selbst zu einem Versuch mit offenen, mit unvorhersagbarem Ausgang. Die Originalität dieses Postulats, sich selbst zum Experiment zu machen, liegt dabei selbstverständlich nicht in der Betonung des offenen Ausgangs, denn in diesem trivialen Sinne ist selbstverständlich jede Existenz experimentell, sondern in der Haltung des Existierenden und Experimentierenden zu der Unberechenbarkeit und Unvorher-Sagbarkeit des Daseins. Es gilt dem Instinkt zu widerstehen, das Fließende, das Werdende, das Vergehende, das Unberechenbare, das Bedrohliche in eine Fiktion von Beständigkeit, Festigkeit und Planbarkeit zu überführen. Das Nietzsche-Postulat des gefährlichen Lebens ist mithin als die Forderung zu verstehen, sich nicht an illusionäre Festigkeit und Stabilität zu klammern, sondern das Leben gerade in seiner Vitalität und Unbestimmtheit anzunehmen. Genau darin liegt das höchste Risiko, die größte Gefahr. Worauf Nietzsche hinaus will, das tritt noch deutlicher zutage, wenn man die Forderung des gefährlichen Lebens in das Licht seines Gegenmodells stellt, das gerade darauf fokussiert, das Risiko aus dem Leben zu entfernen. Dieses wird durch den letzten Menschen repräsentiert, den Zarathustra dem von ihm verkündeten Übermenschen gegenüberstellt und den Zarathustra explizit als den Verächtlichsten bezeichnet. Der letzte Mensch bemüht sich, das Bestehende kalkulierbar zu machen, richtet sich auf den Nutzen und die Berechenbarkeit des Gegebenen. Ihn treibt keine Abenteuerlust, kein Mut zum Risiko mehr, um an Herausforderungen zu wachsen. Er richtet sich im Mittelmaß ein und richtet sich auf das Angenehme aus, sei es in Form von Unterhaltung oder von Sedativa. Annemarie Pieper hat angedeutet, dass es eine bemerkenswerte Analogie zwischen dem in Zarathustra geschilderten letzten Menschen und dem für die Gegenwartsgesellschaft charakteristischen auf Wohlstand und Sicherheit ausgerichtete Daseitsentwurf gebe. Diese Parallele ist in der Tat naheliegend und aus diesem Grund vermutlich auch nicht besonders originell. Sie ist aber in jedem Fall erhellend, insofern sie die Ideale und Leitbilder unserer modernen, konsens- und konsumorientierten, postmetaphysischen Gesellschaften in ihrer Selbstverständlichkeit infrage stellt. Unabhängig von der Frage nach dem Nietzsche-Gegenentwurf wird zunächst einmal die Tragfähigkeit eines Gesellschaftsentwurfs problematisiert, indem es wesentlich darum geht, dass jeder nach seinem kleinen, privaten und individuellen Glück streben darf, solange er zugleich den anderen nach dessen kleinen, privaten und individuellen Glück streben lässt, wobei dem Staat die Aufgabe übertragen wird, einen Rahmen dafür zu schaffen, dass dies möglichst risiko- und sorgenfrei gelingen kann. Im Zusammenhang mit der leitenden Fragestellung freilich soll hier ein anderer Aspekt in den Vordergrund gerückt werden. Wenn man die Analogie Piepers übernehmen will, dann rückt in Bezug auf die Risikoproblematik ein für die Gegenwartsgesellschaft charakteristischer Widerspruch ins Blickfeld. Richtet man nämlich den Blick auf die Art und Weise, wie der moderne letzte Mensch, der das Glück erfunden hat, von der Unterhaltungserlebnis- und Glückindustrie umworben wird, dann ist überaus auffällig, dass diese Industrien zu einem nicht unbeträchtlichen Teil mit angeboten werden, die tendenziell jene Art von Erlebnissen versprechen, die ein Risiko im Nietzschen-Sinne suggerieren, jedoch als vermeintliches Abenteuer oder als vermeintliches Risiko letztlich eines teils unter höchsten Sicherheitsstandards herbeiführt werden, beziehungsweise andern teils das Geschäftsmodell genau darauf fundiert, dass die Hoffnung auf ein authentisches Erlebnis gerade unerfüllt bleibt, jedoch ohne, dass die prinzipielle Unerfüllbarkeit erkennbar zutage tritt. Mithin könnte man die These formulieren, dass die Gegenwartsgesellschaft indirekt und unbewusst in ihrem Unterhaltungsangebot jede Nietzsches Lehre der gefährlichen Lebens bestätigt, die sie de facto verwirft. Allein das Gefühl des Risikos wird gesucht, das Risiko selbst jedoch gemieden. Wenn man Annemarie Pieper folgt, dann scheint es allerdings so zu sein, dass die Simulation des Risikos das Risiko nicht in erfüllender Weise zu ersetzen vermag, dass mithin die Erlebnismöglichungsinstanzen Schwierigkeiten haben, ihre Aufgabe in zufriedenstellender Weise zu erfüllen. So konstatiert Pieper, dass das Überangebot an wahren Informationsmöglichkeiten Unterhaltungsmärkten letztendlich nur bewirke, dass man wahllos darin herumsurft und sich am Ende lustlos für das eine oder andere entscheidet. Bestätigt wird dies aus soziologischer Perspektive von Gerhard Schulze. In diesem Sinne also könnte der Eindruck entstehen, dass die Entwicklung hin zum perfektionierten letzten Menschen genau an der Bruchstelle zwischen einem authentischen Erleben, das nicht in Angebots- und Konsumform zu bringen ist, und dessen Simulacrum scheitert. Dies jedoch durch den Lärm des Zelebrationen des Modells einer Wohlstands- und Konsumgesellschaft verdeckt wird. Gerade die sich konstant vergrößernden und mit stets zunehmender Aufdringlichkeit vermarkteten Unterhaltungsangebote legen den dialektischen Schluss auf ein sich dahin hinterverbergendes, tiefer liegendes Phänomen nahe, nämlich die eingangs in Anschlag gebrachte metaphysische Entwurzelung. Mit Martin Heidegger könnte das Ausufern der Unterhaltungsindustrie als Indiz für eine sich dahinter verbergende metaphysische Langeweile gewertet werden. Entsprechend der Diagnose des gegenwärtigen Zeitalters in den Grundbegriffen der Metaphysik, einer Vorlesung aus dem Jahre 1929-30. Ganz im Sinne von Kierkegaard oder Nietzsche spricht Heidegger davon, dass diese tiefe, existenziell-metaphysische Langeweile nur über die Wiedergewinnung eines eigentlich Zugangs zur eigenen Existenz überwunden werden könne, der wiederum in der Konfrontation mit der Abbündigkeit des Daseins seine unhintergehbare Voraussetzung hat. Heideggers Rede von einer Not der Notlosigkeit ist dabei nur eine Umformulierung jenes Gedankens, dass sich eine eigentliche Existenz nicht in der Sicherheit eines von Sorgen und Leiden abgeschirmtes Lebens realisieren lässt, der, wie gezeigt, mit je eigener Stoßrichtung auch bei Kierkegaard und Nietzsche zum Ausdruck kommt. Fünftens Abschließend soll es darum gehen, die zuvor entwickelten Gedankengänge noch einmal zusammenzuführen und zu problematisieren. Es wurde einleitend argumentiert, dass sich die Orientierung am Kriterium der größtmöglichen Sicherheit zur Verwirklichung einer möglichst von Sorgen, Schmerzen und notbefreiten Lebensführung als ein fundamentales Paradigma der Gegenwartsgesellschaft etabliert hat, das sich stringent aus dem Primat immanenter Daseinsfundierung vor dem Hintergrund eines von transzendenter Sinnbegründung abgekoppelten Gesellschaftsentwurfs ausgebildet hat. Wenn freilich die zeitgenössische Soziologie, wie am Beispiel von Gerhard Schulzes Studie über die Erlebnisgesellschaft gezeigt, ein Sinndefizit für die Gegenwartsgesellschaft identifiziert, so verweist der hier vorgeschlagene Blick auf Kierkegaard und Nietzsche zum einen darauf, dass dem möglicherweise tiefere strukturelle Gründe unterliegen. Zum anderen legt er aber auch vor allem auch nahe, dass die Gegenwartsgesellschaft in ihrer Ausrichtung auf Gesundheit, Reichtum und Glück möglicherweise bestimmter, fundamental sinnstiftender Dimensionen verlustig gehen könnte, wenn man nämlich die Konfrontation mit der ultimativen existenziellen Abgründigkeit als unhintergehbares Sinn Konstituenz betrachtet, unabhängig davon, ob diese Konfrontation sich immanent oder transzendent orientiert. Die Ab- bzw. Ausblendung dieser Abgründigkeit würde dann auf die Möglichkeit einer zwar geregelten und verlässlichen, aber auch verflachten und dedramatisierten Existenz hinauslaufen. Vor dem Hintergrund des zuvor Gesagten könnte man auch einen bezeichnenden Kommentar, den Richard Rorty zum Denken Kierkegaards gemacht hat, umwerten. Kierkegaard, so Rorty, besitze ein ausgeprägtes Fäble für die Dramatisierung und unendlich große Unterschiede. In diesem Sinne gebe es, wie Rorty in Anspielung auf Furcht und Zittern konstatiert, bei Kierkegaard keinen Hinweis darauf, dass Abraham und Gott die Sache einmal miteinander hätten bereden können. Bei dieser Einschätzung ist Rorty sicherlich zuzustimmen, jedoch ließe sich fragen, ob die von ihm selbst gegen Kierkegaard präferierte Option angesichts des Gesagten wirklich eine tragfähige Alternative ist oder ob eine solche Depotenzierung des Gott-Verhältnisses nicht letzten Endes über den Reiz des ironisch abgeklärten hinaus existenziell nur in überaus eingeschränkter Weise sinnfähig ist. Kierkegaards Antwort auf diese Frage ist die Tatsache, dass er die ästhetische Existenz, die in den hier wesentlichen Hinsichten dem Existenzmodell der Gegenwartsgesellschaft entspricht, Schiffbruch erleiden lässt in der Krankheit zum Tode, das heißt der Verzweiflung. Wenn man aber Kierkegaard darin folgen will, dass eine Sinnkonstruktion in einem eigentlichen Sinne auf einer solchen Basis nicht möglich ist, beziehungsweise Nietzsche in seinem Postulat einer Opposition zwischen der künstlerisch experimentellen Existenz auf der einen und den Wertorientierungen des letzten Menschen auf der anderen Seite, dann stellt sich selbstverständlich die Frage, inwieweit die von beiden jeweils aufgezeigten Gegenmodelle eine gangbare Alternative bereitstellen. Und hier scheint auf der Hand zu liegen, dass Sinn und Bedeutungserzeugung durch das Bestehen auf diese von Rorty kritisierten unendlich großen Unterschiede mit den Werten und Strukturen der modernen Gesellschaft, aber auch mit jedweder Art Kriterialer Universalität inkompatibel und in ihren Konsequenzen inakzeptabel ist. Ein grundlegendes Problem der Positionierung sowohl Kierkegaards als auch Nietzsches ist sicherlich die radikale, aber selbstverständlich so gewollte Einseitigkeit ihrer Perspektive, die die Sinnansprüche des Einzelnen unter nach heutiger Perspektive ebenso irritierender wie provozierender Ausblendung der Frage nach der Kompatibilität mit gesamtgesellschaftlichen geteilten und teilbaren Werten formuliert. Dies sei am Beispiel der Kierkegaardschen Konzeption veranschaulicht. Wie gesehen betont Kierkegaard die unhintergehbare Ambivalenz des menschlichen Gottesverhältnisses. Insofern der Gläuble jedoch, wenn auch in unhintergehbarer Ambivalenz mit dem Ruf Gottes konfrontiert ist, ist dieser Ruf selbstverständlich dennoch unbedingt. Um die Konstellation aus Furcht und Zittern aufzunehmen, der Gläubige, der von Gott zum Äußersten aufgefordert wird, kann sich diesem Ruf nicht entziehen, stellt sich aber damit zugleich in Opposition zur Gesellschaft, jedoch immer ohne über die Legitimität des eigenen Handelns letzte Gewissheit erhalten zu können. Die sinnhafte Existenz des Einzelnen konstruiert sich zwar nicht notwendig, jedoch potenziell gegen eine Allgemeinheit, deren Werte als Richtschnur dem absoluten Ruf Gottes konsequent und konsequenterweise untergeordnet werden. Bei Nietzsche wiederum nimmt die Opposition zwischen dem Einzelnen, dem künstlerischen Menschen, der sich als Experiment betrachtet und der Gesellschaft explizit elitäre Züge an und ich halte es für problematisch und tendenziell irreführend, wenn versucht wird, diese Tendenz wegzuinterpretieren, um beispielsweise wie Annemarie Pieper den freien Geist als gesellschaftliches Ideal ins Feld ein letztes Menschentum, das von der materialistisch konsumorientierten Gegenwartsgesellschaft inkarniert werde. Wenn man der Versuchung einer Depotenzierung der Reflexion von Nietzsche und von Kierkegaard widersteht, dann scheint zunächst einmal naheliegend eher das kritische Potenzial ihrer moderne Kritik in den Vordergrund zu rücken als ihre jeweiligen Gegenangebote. Denn das Gefahrenpotenzial, das die Verwirklichung solcher experimentellen Existenzen birgt, liegt selbstverständlich deutlich auf der Hand. Dass dem aber so ist, ist im Grunde nur konsequent, wenn es darum geht, gefährlich zu leben. Ja, da war eine Sache, da war ich nicht so mit einverstanden. Ah, ist aber auch egal.